Hallo Leute und herzlich willkommen bei Everything About Windows. Heute gibt es ein ganz kurzes Video, auch völlig ungeschnitten, denn es gibt eine neue Insider Preview und seit drei Wochen ist das endlich mal wieder eine, die raus ist mit ganz vielen neuen Features, wie ich gelesen habe. Das ist die Insider Preview 16.2.15. Ich installiere die gerade, runtergeladen ist schon, nur leider habe ich ein Problem, denn beim ersten Versuch zum Installieren beim Neustart gab es ein Problem und jetzt muss ich von neu anfangen. Sobald aber ich die Insider Preview installiert habe, werde ich diese schön testen und wieder einen neuen Insider Preview dazu rausbringen und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und wenn ihr euch auf das nächste Video freut, dann gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.